Der Abend ist perfekt Mit Tellern eingedeckt Anna macht die Kerzen An der Xaver ist schon high Doch als ich meine Wurst raushole Ist der Spaß vorbei Denn meine Bratwurst ist aus Erbsenprotein Das heißt in ihr sind nur Gemüseteile drin Sie ist gesund und ohne Tier Doch meine Freunde ekeln sich vor ihr Ich finde das nicht fair Und nehm die Wurst zugleich in Schutz Was kann sie denn dafür? Sie tut doch keinem was Sie tut doch keinem was Nicht einmal dem Cholesterin Und doch ist man gemein zu ihr Ich finde das voll schlimm Ja meine Bratwurst ist aus Erbsenprotein Das heißt in ihr sind nur Gemüseteile drin Sie ist gesund und ohne Tier Ja meine Bratwurst die gehört zu mir Ja meine Erbsenwurst ist prima Und dabei richtig gut fürs Klima Sie ist gesund und ohne Tier Ja meine Bratwurst die gehört zu mir Ja meine Bratwurst Ich und meine Bratwurst Ja meine Bratwurst Vielen Dank.